Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, ja, 10 Minuten 40k ist es eigentlich nicht, Max, oder? Naja, es gehört ja zu dem Projekt Warp Dust, was ja im Grunde genommen 10 Minuten 40k ist, aber wir dachten uns mal, wir machen Community-Arbeit. Irgendwie kommt mir da die Galle hoch. Keine Ahnung. Ich helfe dir mal. Wir sind einfach faul, weil wir ein schönes, langes Wochenende genossen haben und uns dachten, wir machen mal eine Folge, wo man nicht arbeiten muss. Nein, sondern ihr habt gearbeitet. Ich bitte dich. Richtig. Oh, Ding. Ja, Ding passt in den Hintergrund, denn wir haben uns vorgenommen, Vorgeplänkel als Folge zu machen. Nämlich, wir haben euch auf Instagram, YouTube und überall und Discord natürlich unter unseren lieben, lieben Mitgliedern gefragt, Jo, welche Fragen habt ihr nicht nur zu Warp 40k, sondern auch zu uns und allgemein eigentlich allem. Und ja, da ist, also, weil auch immer mal wieder hier und da mal so eine einzelne Frage aufkam, haben wir uns gedacht, wir machen jetzt einfach mal so eine Folge. Wie lange das gehen wird? Ich habe absolut keine Ahnung. Und ja, da unsere lieben Discord-Mitglieder die sind, die uns wirklich zu großen Teilen tragen, würde ich sagen, Max, du hast den Vortritt und leg mal los. Alles klar. Wir haben hier als erstes in unserem absolut neu angelegten Fragen-Chat als erstes eine Frage vom lieben Shujin, oder Shujin, wie auch immer du ausgesprochen hast. Es tut mir leid. Namaste. Namaste. Und der hat einen Arsch voll Fragen schon mal reingeschrieben. Und die erste, und ich denke, die wird auch hin und wieder mal gestellt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Julian, wollen wir das hier beantworten? Ich würde sagen, ja, aber ich würde es einteilen. Ich würde nämlich gerne mal deine Perspektive von in der Festung haben, was du dich da noch erinnerst. Ja, ich erinnere mich daran sehr gut dran. Sehr gut, weil es war nämlich so, es war auf dem Konkurs mit Odea, das ist das größte Lab der Welt, 2018. Das Jahr vorher war ich auf dem Wacken, also habe ich mir gedacht, ich mache da jetzt mal mit. Und es war sehr warm. Und mein Lager hatte nicht Bock, irgendwie jetzt zur Schlacht zu laufen, die früh es war, glaube ich. Oder es war irgendwie schermützig. Es war die Morgen, die 8 Uhr Schlacht war durch. Und es war danach. Ja, weil es ist noch was passiert. Die sollten irgendwie wieder aufmarschieren. Aber es war nicht so heiß wie heutzutage, müsst ihr wissen. Also wir reden nicht von 35 Grad im Schatten, es war einfach nur unangenehm warm. Es ist sonnig halt vor allem, viel Sonne. Ja, genau. Und ich bin dann halt mit Hose, Schwert und Fell um die Schultern gelaufen. Nee, nicht mal mit Fell, nur Hose und Schwert. Hose, Stiefel, Schwert, das war's. Genau, bin ich rumgelaufen. Da, da hinten so eine riesige Festung. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, die Mauern waren mindestens so 3, 4 Meter hoch. Da konntest du auch hochlaufen auf so einen Wehrgang. Ja. Und ich laufe da halt hin und da sind so eine Handsehnen drin. Und ich frage so, ey, wer seid denn hier? Ja, dann kam er zurück. Wir sind die Söhne des Hahns. Äh, okay. Ihr wisst aber schon, die Festung wird aufgegeben. Ja, ja, dann deswegen ist das jetzt unsere Festung. Aha. Ich hol meine Plattenrüstung. Dann bin ich umgedreht, hab mir meine Plattenrüstung im Lager anziehen lassen, hab mir ein Schild geschnappt und bin zu den Typen zurückgeschliefelt. Und jetzt kannst du übernehmen. Also ich kann das ja nochmal kurz erzählen, warum wir in dieser Festung saßen. Ich war nämlich einer von diesen Hanseln. Ihr müsst euch vorstellen, es gab am Anfang, das war hier die Story, kurze Story war, diese Festung ist die Festung Weltenwall und da war früher die Weltenschmiede drinne und was weiß ich alles. Die ist explodiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, gar keinen Sinn, wohl eher diese Festung zerfiel so langsam. Und wir dachten uns so, jo, wir gehen da mal hin, wir gucken uns das mal an und wir haben halt so Plänkler bespielt. Also leichte Infanterie, die halt reingeht, dem Gegner auf den Sack gibt und sich wieder verpisst. Und wir haben halt so ein bisschen... Das absolut blöde Kombi war mit mir eigentlich als für mich. Ja, aber hey. Wir haben ihn dann auch als den ersten schweren Infanterist bei der leichten Infanterie bezeichnet. Ähm. Wir sind da halt hin, so als Scouts. Weil wir halt dachten, jo, die erste Schlacht ist jetzt vorbei, wie sieht's denn da aus? Ne, in der Festung. Oder so an der Festung. Und wir haben halt rausgefunden, Alter, da ist niemand. Also wir wurden... Die Con fing damit an, dass wir aus der Festung vertrieben wurden. Und die Verfemten, also die Gegner dann dort waren. Und da gab's halt an... Das war, glaub ich, der Freitag, wo es dann diese fette Schlacht gab, wo wir uns kennengelernt haben, ne? Müsste Freitag gewesen sein. Und wir haben uns das halt angeguckt und wollten halt wissen, jo, was ist da los? Und dann haben wir halt gesehen, da ist niemand. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt hier... Ich glaub, wir waren zu acht damals. Wir besitzen diese Bude jetzt. Und wir hatten damals noch unsere sechseckigen Schilde, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das waren diese Ecken. Richtig. Und wir haben halt diese sechseckigen Schilde einfach so fett zwischen die Zinnen gestellt, die da oben drauf waren. Also sagt im Motto, hier, wir sind hier. Ja? Guck zu uns. Das sah schon aus. Das sah schon geil aus. Weil wir hatten halt keinen Banner oder irgendwas, das wir hätten hissen können. Also haben wir einfach diese Schilde dahingestellt. Und da haben wir einen Runner losgeschickt, der halt zu unserem Lager zurückgeht. Und halt unserem Herrmeister, wie auch immer, sagt, ey, wir haben hier gerade die Festung besetzt, Bruder. Habt ihr Bock? Und dann standen wir da oben auf diesem Wehrgang und die erste Person tatsächlich, die auf uns zulief, war so ein halbnackter Dude. Und wir dachten, yo, was ist denn das für ein Lappen? Und das war Julian. Ich muss nun dazu anmerken, dass halt bei mir keiner Bock so auf reines Moschen hatte. Und ich war vollkommen überfordert mit diesem ganzen Namen und Plot und was ist Lappen und wollte mich einfach nur kloppen. Ja, und das war quasi auch unser Ziel in dem Moment. Was wir damit ausgelöst hatten, wussten wir nicht. Also, dass wir da, das ist, weil die SL hatte das, also die Spielleitung hat das nicht geplant. Da standen halt plötzlich Typen in der Festung, die da eigentlich nicht hingehören. Dann strömten halt immer weiter Leute dahin, irgendwelche Gelehrte, die sich halt, ihr müsst euch vorstellen, da war halt diese Weltenschmiede, die ist halt hochgegangen. Und da sind halt irgendwelche Gelehrten, Magier etc. reingekommen und wollten sich das halt angucken. So nach dem Motto, lass uns da mal Forschung betreiben und so. Ähm, ja, das Ding war halt, da war halt keine SL, die da irgendwie sagen könnte, ja, ich finde da jetzt das und das raus. Als die mitgekriegt haben, dass wir da sitzen und dass da halt übelst viele Spieler durchrennen, da war Julian, glaube ich, schon wieder da. Der kam dann mit seiner Plattenrüstung. Ähm, dachten die so so, ja gut, das geht halt so nicht. Und die haben dann die NSCs, also die Nichtspielercharaktere, die die Gegner aufmarschieren lassen. Aber, ich muss kurz anmerken, ich muss kurz anmerken, ihr hattet einen Plan, nämlich hattet ihr, weiß ich noch genau, auf der rechten Seite so 40 Kelten versteckt, die bis dahin immer, immer von links kamen, in den Rücken fallen sollte. Blöderweise kamen sie von rechts, die wurden gesehen und ich weiß nicht mehr, warum wir nicht mitgegangen sind, aber wir haben uns entschieden, da zu bleiben. In dieser Festung, zu neunt jetzt. Das ist so dumm. Und wir reden jetzt wirklich so von, also wir reden jetzt nicht so von 50 Gegnern, Leute, da kamen Tausende, das ist kein Witz. Tausende jetzt nicht, aber es waren... Naja, 2000 NSCs, kannst du rechnen, da waren ein paar hundert. Ja, hunderte auf jeden Fall. Und das Ding ist halt, die haben halt gesehen, wie die Kelten diese 40 Hanseln evakuieren, sich verpissen und dachten halt, da ist keiner mehr. Und es endete darin, dass wir, also ihr müsst euch vorstellen, an einem Ende des Schlachtfelds, die Festung, am anderen Ende halt unsere Leute und dazwischen waren halt so, keine Ahnung, 500, 600 Gegner. Und wir waren halt in der Festung. Die haben uns eingekreist. Ja, aber die haben am Anfang nicht gerafft, dass wir noch da sind. Aha. Das kam ja erst später, die haben sich alles aufgestellt und wir standen da oben, haben das runtergeguckt und dachten uns, hm, well, fuck. Aber das, ja, das, ja, so haben wir uns kennengelernt tatsächlich und Julian ist dann, also wir haben, klar, wir haben auf die Fresse gekriegt. Du hast den besten Part vergessen. Dass wir heldenhaft gestorben sind? Nee, als die ankamen, ihr müsst euch wirklich vorstellen, die absolute Elite von denen geht zu so einem kleinen Nebentor, weil wir alles andere verrammelt und verriegelt haben. Da haben wir so ein Schildweil gebaut. Ja. Lasst uns ein, bla, 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 wir wollen euch nichts tun und ich so zu einem von euch, mach mal auf. Und er macht ein Schild auf, die sehen praktisch nur mein Gesicht aus diesem Schildweil rausragen und ich so, hm, lasst mich überlegen. Ach ja, fresst scheiße. Und dann schilden wir wieder zu und dann haben die uns absolut gecrabstompt. Also wir haben, die haben so auf die Fresse gekriegt und das Letzte, was ich weiß, das stimmt, wir waren nämlich zu zehnt. Owen war noch dabei. Das war so ein Krieger. Ja. Auch eine Plattenrüstung. Richtig. Aber der hatte so einen Schuppenrock an und ich lag halt nach meinem heldenhaften Tod, ähm, recht nah am Wehrgang und hab Owen auf diesem Wehrgang auf und abrennen gehört mit diesem Schuppenrock und die haben ihn da langgejagt. Und irgendwann hörst du nur so, klirr, klirr, buff. Und dann zwei NSDs, die sich komisch angucken und du hörst halt nur so, ist der grad von dem Wehrgang gesprungen? Der ist da irgendwie rausgekommen. Ihr müsst euch vorstellen, Owen, Owen ist so ein Typ, der hat sich halt seine Plattenrüstung komplett selber gemacht. Ähm, und der hat halt kein, ich weiß nicht, was er gemacht hat, also in der Rüstung eine Rolle hat er gemacht. Und ich schwöre Stein und Bein, dass hier, äh, Eule gesagt hat, er hat einen Handstand drinne gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Das konnte der, hundertprozentig. Definitiv. Also der Typ war, trainiert as fuck. Und nicht irgendwie so nach dem Motto Muslim-Bubi, sondern halt komplett bewegungsmäßig trainiert, Alter. Dieser Typ, das, das war krass. Dieser Typ ist richtig krass. Der ist auch einfach so, ähm, den gefühlten halben Kilometer vom Lager zum Schlachtfeld in seiner Plattenrüstung gejoggt. So. Ich könnte jetzt eine ganze Menge über Owen erzählen. Ich hab den sogar dieses Jahr tatsächlich wieder getroffen, ne? Echt? Am Metstand. Ja, ja, der ist jetzt in Skarge. Der hat eine eigene Truppe. Das weiß ich. Also der ist jetzt böse. Das weiß ich. Und genau, und zwei seiner Noobs sind in mich reingelaufen. Dann kam er ins Gespräch. Auf einmal tippt mich jemand auf die Schulter, tippt mich um. Ich so, nein, also doch. Und dann bla bla bla. Also Grüße raus, auch wenn er das wahrscheinlich eh nicht hört. Wahrscheinlich nicht. Naja, aber ja, so haben wir uns kennengelernt. Aber eine kleine Anekdote. Der Podcast ist tatsächlich, also alles, mein aktueller Job. Und auch dieser Podcast geht auf diese Entscheidung zurück, diese Leute anzuquatschen. Weil als wir nicht lachen konnten, haben wir uns in Corona mal zum Draußenpennen getroffen. Also, ne, als es halt noch nicht so schlimm war. Und da haben wir dann angefangen, am Feuer über 40k mal so mehr zu quatschen, so über die Tage. Ja, richtig. Und dadurch, dann haben wir halt über WhatsApp weitergemacht. So, erst Textnachrichten. Dann wurden die Textnachrichten immer länger. Dann haben wir uns dazu entschieden, Sprachnachrichten zu schicken. Und ja, den Rest kennt ihr. Ja. Ja. Das ist unsere Story. So kurz knackig mal zusammengefasst. Ähm, gut. Dann möchte ich sagen, ich bin jetzt dran. Ja. Und Leifzickert4092 fragt, welchen der Chaos-Götter würdet ihr dienen wollen? Boah. Ja, ist klar, logisch. Ich schwanke halt so ein bisschen zwischen Korn und es tatsächlich zieht, weil ich finde magische Krieger geil, aber ich finde halt Krieger, die so, ich meine so Korn ist so, ey, ja, du hast den super Masterplan des Todes und du hast halt einen riesigen Titan und so, aber ich habe eine Axt. Irgendwie finde ich das halt cool. Aber, sind wir mal ehrlich, Siege, Siege, am Ende wirst du einfach nur komplett wahnsinnig durch Siege, weil, sind wir mal ehrlich, wir sind beide sterblich, also, never ever werden wir irgendwas Geileres bei Siege und werden maximal wahnsinnig, ja, äh, Korn, naja, bei Korn, du stirbst halt, Punkt. Ja, oder du wirst ein geiler Blattförster danach. Ja, das wirst du aber nicht. Ähm, bei, bei Korn. Bei Nörgel, ähm, wirst du vergammelt, etc. Pass auf, da bist du halt permanent gut drauf. Also, das hat schon was. Und, ähm, Slaanesh, ja, im Grunde genommen alles als Ex-Hase empfinden, etc. Äh, jau, Alter, warum nicht? Also, Nörgel oder Slaanesh, da bin ich dabei. Ja, gut, aber wenn ich, ich sag mal so, wenn, wenn es von Logik nachgeht, klar, wo würdest du, ich mach's noch ein bisschen schwerer, also, ich glaub, du würdest auch an Slaanesh feiern, aber wo siehst du, ist deine größte, das größte Korruptionspotenzial? Uh, uh, mein Lieber, also entweder Slaanesh, ja, das ist klar, weil du mich, ja, hm. Also, ich, 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 ich spring mal kurz ein, während du nachdenkst. Ja, du, du, du kennst, du kennst mich halt so aus, in so einer Richtung, aber, ähm, ich würde tatsächlich Nörgel sagen. Nörgel oder tatsächlich, also für mich, was mich korrumpieren könnte, wäre Siege, weil ich unglaublich wissbegierig bin. Ähm, aber das ist jetzt nicht ganz so krass. Nörgel, einfach, weil ich durchaus, Mensch, Alter, ich bin Sanni, ja, muss ich mehr sagen. Und halt, ja. Also, ich, ich muss sagen, bei mir wäre es ja entweder die Wut, also Korn halt, das hat definitiv Potenzial, auch alles so mit dem Charakter, mit diesem Zorn und bla und Training und so, das könnte funktionieren. Und Cinge, muss ich sagen, so, früher mochte ich Manipulation ganz gern und ich bin so ein, ich bin so ein Gruppenmensch und so und auch dieses, also, früher als so Teenager, da habe ich mich mal einige, einige Male einfach für unglaublich schlau gehalten, so arrogant, so ein bisschen wie Magnus, weißt du? Ja, aber das Ding ist, Magnus wusste auch arschviel, du halt nicht. Ja, aber vielleicht wollte ich arschviel wissen, na, keine Ahnung. Na gut, dann weiter am Text. Äh, okay. Der, wir bleiben beim Shujin, der hat eine Frage gestellt, die nicht ganz so passt, denn er hat gefragt, nachdem ihr nun alle Bücher bis zum Finale gelesen habt, wie sieht es wie... Ah, warte, da muss, da muss ich reingredechen, die haben wir tatsächlich mal, die haben wir sogar schon mal beantwortet, in einer Podcast-Folge tatsächlich. Stimmt, ja, ja. Ja. Das auch, ich glaube, was denkt ihr in uns über die zwei verlorenen Legionen, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Also, ich meine, was die zweite Legion ist, das wisst ihr, findet ihr raus, wenn ihr zu uns auf den Discord kommt. Ähm, und eine Frage, die auch mal wieder gestellt wird, durch was kamt ihr zum Hobby? Ja, ausführliche Antwort, äh, auf Steady in unseren Sonderflügen. Ja. Kurz, also, mir hat man mal ein Buch geschenkt in der achten Klasse, das war, äh, Space Wolf von William King. Und, ich weiß nicht mehr, ah doch, ich hab dann irgendwann angefangen, mich das durch das komplette Lexikanum zu lesen. Ich meine wirklich komplett, ich hab wirklich zu jeder Thematik irgendwann fast alles mal gelesen. So, immer wenn ich krank war oder so. Aber wie ich darauf kam, 40K selbst zu lesen, das kann ich dir tatsächlich gar nicht mehr sagen, also warum ich mir Bruder Krieg 1 geholt hab. Ähm, ich weiß auch, ich hab das gleiche Buch wie Julian ausgeliehen bekommen, irgendwann. Also, wir sind beide durch das gleiche Buch, äh, ins 40K gekommen. Ich hab das gelesen, ich fand's geil. Und hab mich dann nicht mehr mit dem 40K-Universum beschäftigt für 5, 6 Jahre. Bis ich dann irgendwann so einen Warhammer 40K YouTuber entdeckt hab. Also, ich weiß, Himmel, mit wem fing das an? Arch Warhammer damals, den mag ich mittlerweile absolut nicht mehr, den hör ich nicht mehr. Ähm. Und hier, also ich vergesse hier immer wieder, ähm, 40 Facts about the 40K Universe. Da, 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 wie heißen die? Ähm, Sound Alchemist und irgendwas, wie die zwei Hosts hießen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm. Die zwei Kanäle. Dadurch bin ich reingekommen und dann sowas wie Luitin, ähm, Baltimore, etc. Dadurch, die haben mich halt übelst in die Lore geholt. Ich war nie Tabletop-Spieler, tatsächlich. Ähm, ja, ich hab ne Imperial Fist-Armee, die ich immer noch nicht weitergemacht habe. Also, aber ich, ich find halt die Lore absolut geil. Ja. Hm. Okay. Gut. Das reicht, denk ich, oder? Ähm, genau. Das nächste ist so ein bisschen, das können wir jetzt eigentlich ohne ne große Recherche nicht beantworten, aber es ist einfach jetzt mal ein Guess. Nämlich Antiochia6212. Du hast gefragt, was die Primarchen, die ins 48 zurückgekommen sind, also Reboot and der Löwe halt, dazu sagen, äh, so zu Völkern, die sie jetzt noch nie bekämpft haben, also Tyranniden, Necrons und Co. Ähm, ja, was sie von diesen neuen Gegnern halten. Und ganz ehrlich, also mein erster Gedanke war dazu, war also gemessen an der Zeitspanne, die die Primarchen schon leben und aktiv sind, jeweils in beiden Erras. Also, klar, Reboot wird klar werden, dass die Necrons eine größere Bedrohung sind als andere Xenos-Völker, aber ich glaube, so die ersten Gedanken sind halt so, okay, wir haben halt schon pro Jahr früher mehrere Xenos-Völker zerschmettert, das würde jetzt nicht großartig anders sein und wenn nicht, dauert es halt länger, aber ich glaub tatsächlich, dass sie dem jetzt nicht so super viel Bedeutung beimessen, oder? Ja. Wär jetzt mein Guess. Denk ich auch. Denk ich auch. Also, ich denke tatsächlich, äh, die denken sich dann vielleicht, oh, die sind vielleicht doch ein bisschen heftiger als wir dachten, aber, ähm, ich glaub nicht, dass sie denen jetzt irgendwie, dass sie jetzt sagen, oh, Alter, oh, nein, die Tyranniden und, nee, ich denke nicht, dass sie denen besonders mehr, ähm, Gedanken widmen als andere Xenos-Rassen. Glaub ich tatsächlich nicht. Plus man ja mal sagen muss, dass solche Nummern wie die Elder, klar, die haben während des Kreuzzugs hin und wieder mal auf die Fresse gekriegt, aber es gab, also der große Kreuzzug war letztendlich kein All-Out-War, äh, des Imperiums gegen die Elder, das war's einfach nicht, ja. Also, gut. Ähm, okay. Next. General, genau, General Anastasius, der Makedon, äh, fragt oder hat er so ein paar Fragen, die alles zum Thema eure Lieblings gedöhnt sind. Ich würd' das alles auf einmal abhandeln, ähm, aber, Julia, fang doch mal mit deinen Top-3-Legionen an. Okay, ähm, tatsächlich, also, boah, wollen wir wirklich bei Legion bleiben oder kann man auch Orden mit reinnehmen? Pff, naja, mit Orden wird's noch schwieriger. Gut. Dann bleiben wir bei Legion. Also, Platz 1, Dark Angels, Ritter, ich steh' einfach volles Brett drauf. Ähm, Platz 2, tatsächlich, Iron Hands, das ist was ganz, ganz anderes, ich mag dieses Fleisch ist schwach, dieses mechanisierte, so, manchmal mag ich auch wirklich dieses so, ey, ganz ehrlich, mir scheißegal, was du hast, ich hab Knarren und Bunker und ich baller dich übern Haufen mit krassen Robotern, das, das, und Ferros Manus ist einfach cool, mag ich. Und Platz 3, boah, schwierig, also, die Wölfe sind auch geil. Äh, boah, das, das, aber der Kahn ist halt auch ziemlich geil, die Alpha Legion halt auch, aber was mich, da, da muss ich halt echt sagen, was mich an der Alpha Legion total anpisst, ist ihr verschossenes Potenzial, also bis jetzt zumindest. Ja, ja. Hm, gar nicht so einfach, ich, ich würd tatsächlich sagen, weil ich hab ja schon mal gesagt, Dark Angel und Wölfe, das ist so zwei Seiten in der Münze, aber für wen ich mich einfach unglaublich erwähnt habe durch die Heresy, das hab ich ja schon mehrfach gesagt, sind halt einfach die Söhne von Chogoris und, ja, die White Scars. Und bei dir? Ähm, ich find tatsächlich die Alpha Legion geil. Ich mach jetzt hier kein Ranking da drin, kein internes, aber einfach nur die drei, die ich geil finde. Ähm, Alpha Legion, ich find die, äh, Thousand Suns tatsächlich geil. Nicht die gefallene Variante, sondern diese Wissenssucher-Variante, ne? Das find ich geil. Ähm, ja, und ich denke, ich muss, äh, am Ende Space Wolves sagen, weil die, alter, es sind halt Nickinger, ich liebe nordische Kultur, etc. Also Kultur in Anführungszeichen, da ist ja nicht mehr wirklich viel übrig, aber, äh, Sagen, Mythen, etc., das mein ich damit, also nordische Sagen, Mythen, etc. Und im Grunde genommen sind das ja laufende Abbilder, äh, von diesen nordischen Mythen und Sagen. Also, ja, find ich nice. Mag ich. Mag ich sehr. Es ist halt super schwierig, finde ich. Ja, und es fällt euch vielleicht auf, dass Imperial Fists nicht dabei sind. Weil ich ja schon mal gesagt habe, ich finde Imperial Fists auf dem Tabletop geil, weil die meiner Meinung nach einfach geil aussehen. Aber, ähm, ja, die sind, die Legion ist auch cool, aber ich find halt die anderen drei irgendwie geiler. Ne, was ich halt auch nice finde, tatsächlich, ähm, wenn das Potenzial ein bisschen weiter ausgeschöpft worden wäre, finde ich die Idee der Ravengard tatsächlich auch ziemlich geil. Aber es sind halt leider einfach nur Stereotype-Emo-Boys geworden, was ich sehr schade finde. Weil da hätte viel mehr draus werden können. Weil das sind also nicht unbedingt Infiltrateure, sondern eher Agenten. Und die Ravenguards sind halt die, die leise rangehen, eventuell noch leise rausgehen, aber dann mit halt einem Knall sich verpissen. Obwohl ich sagen muss, dass ich langsam das Gefühl hab, dass wir da nochmal ein Spotlight drüber machen müssen. Zumindest über ihre Orga oder ihren Primarchen selbst. Und was it justified irgendwie. Weil irgendwie nagt es an mir, dass wir die nicht so ganz komplett rund gemacht haben. Ja. Aber dafür muss ich uns tatsächlich, dann muss ich die Folge nochmal, äh, mir anhören. Gut, ähm, ich mach mal weiter mit diesem ganzen Top-Gedöns. Würde sich an den Top-Drei-Primarchen für dich was ändern? Ja, tatsächlich. Okay. Also, eins wär, ist für mich tatsächlich der Löwe, aber einfach nur wegen des Gesamtkonzepts von ihm und weil ich seinen Charakter, also er wär's tatsächlich so, ohne seinen heutigen Arc nicht geworden. Aber ich mag seinen kompletten Charakter, Arc von diesem arroganten, richtig starken Schwertkämpfer zu einem Beschützer. Äh, Magnus der Rote, der wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Also, mit dem Boy hab ich einfach gelitten. Wirklich brutalst. Und auf Platz drei, oh. Boah. Ich glaub einfach, die Barbaren haben's mir angetan. Und da mag ich mich gar nicht zwischen Lehman Russ und Jagatai Khan entscheiden, weil die beide so eine, die haben so beide so eine schöne Kurve. Also, Lehman Russ hat dieses Ähnliche vom Löwen, ich mach alles richtig, aber verkack' am Ende alles. Das bricht mich, aber ich versuch's irgendwie trotzdem besser zu machen. Mhm. Und Jagatai Khan hat dieses so, okay, es ist vielleicht auf dieser höheren Ebene eine dumme Entscheidung, aber es ist jetzt wichtig für mich und für die Menschen, deswegen mach' ich's. Das mag' ich einfach total. Und bei dir? Mhm. Ähm, bei mir ist es einmal Sanguinius, weil ich diese Dualität von ihm liebe. Auf der einen Seite dieser, dieser ja, gütige Vater im Grunde genommen, was er ja teilweise wirklich für seine Söhne halt ist. Dieser verständnisvolle, gütige, äh, Vater, der halt sagt, ja, äh, der halt nicht unbedingt seine Söhne bestraft oder anschreit oder was auch immer, ähm, sondern halt andermalig mit Verfehlungen umgeht, etc. Aber auf der anderen Seite halt auch dieser, alter, dieser, dieses absolute Biest ist, was kurz davor ist, Korn zu verfallen. Das find' ich unglaublich nice. Wie gesagt, einfach diese Dualität. Ähm, ähm, ich denke, ich muss auch Magnus sagen als Zweiten, weil, alter, auf der einen Seite ist dieser Typ halt unglaublich arrogant. Ähm, er ist halt einfach dem Dunning-Krüger-Effekt zum Opfer gefallen. Und das passiert halt einfach dem Besten und das ist halt das Problem. Deswegen denke ich, bleibt er nach wie vor, äh, ja, irgendwie in meinem Herzen und als dritter, alter. Das dritte ist immer am schwierigsten, finde ich. Ähm, ich hab kurz über Vulkan nachgedacht, weil der Typ halt echt alles mitgenommen hat. Also, äh, Junge, der Typ, alter, das ist ne arme Sau. Äh, wer auch ne arme Sau ist, ist Dorn. Der ist ja am Ende komplett zerlegt. Und ich denke tatsächlich, äh, dass es bei mir auch Dorn ist als dritter. Weil, auch hier, haben wir eventuell eine Möglichkeit, dass er dem Chaos verfällt. Und das ist tatsächlich dieses Detail, was für mich der ausschlaggebende Punkt ist. Dass es eben nicht der perfekte Beschützer ist, der nur ganz am Ende gebrochen ist. sondern, also dem, quasi, der Tod seines Vaters oder der fast Tod seines Vaters und der Tod seines Bruders ihm den Rest gegeben hat. Nein. Der ist vorher schon fast gefallen. Und das find ich geil. Das find ich richtig gut. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich zu Sanguinius noch ne sehr kontroverse Meinung hab, aber die hebe ich mir für die Sanguinius-Folge auf, die wir nächstes Jahr machen. Okay. Ähm, ich würde das mit dem Lieblingsgedöns grad nochmal abschließen. Mit zwei Lieblingen. Einmal deine Lieblingsfraktion im Imperium, außer Space Marines. Und die Lieblings-Xenus-Fraktion. Okay. Ähm, im Imperium einfach nur, also wirklich, ich sag jetzt, zum Beispiel Rogue-Trader nehm ich jetzt so ein bisschen raus, weil die sind für mich so eine Nebenfraktion irgendwie. Okay. Und Inquisition ist mir zu groß gefasst. Da würde ich sagen, da müsste man sich jetzt schon auf irgendwas festlegen. Ähm, außer Space Marines, ich find tatsächlich die Lucifer Blacks mega geil. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst, weil ich genau an dasselbe gedacht hab. Ja. Okay. Ja. Ganz ehrlich, super krasse, heftige Soldaten, die halt, also, die so krass ausgebildet sind und wirklich so wehrhaft, dass ihr erster Gedanke bei einem Space Marine, der sie angreift, nicht ist scheiße, sondern Kopfschuss. Das, das, also, ich hab die in, wie heißt das, Alpha Legion, hab ich die kennengelernt und in ein paar anderen. Und ich hab gedacht, das ist einfach so, das ist so krass, diese Typen wären halt ohne Space Marines, waren das die heftigsten Wichser der Welt. Alter, das Ding ist, ich weiß ja, welche Szene du meinst, ähm, Lucifer Black, der, der war kurz davor, einen Alpha Legionär aufzudecken. Einen Alpha Legionär, der dafür, das ist halt die Legion der Infiltration, die Legion der Agenten. Da muss man halt angehen, die sind gut. Die sind verdammt. Und auch im Kopf. Ja, das meine ich. Also, die sind nicht nur im Kämpfen gut, die sind halt dazu in der Lage, einen Space Marine zu töten. Und das ist halt tatsächlich lore-technisch erklärt. Und das ist krass. Und das Ding ist, das ist nicht irgendwie eine Armee gewesen von Lucifer Blacks, die da waren in der Situation, die wir da beschrieben haben, das war einer. Ja, das war ein Bodyguard und das war ein Lucifer Black. Also, die sind, das sind richtig krasse Motherfucker. Ähm, bei mir, ich hab kurz über das AdMech nachgedacht, aber wenn du schon sagst, Inquisition ist zu groß, ja, okay. Ähm, dann würde ich tatsächlich die Tempel des Assas in Norums nehmen. Sehr interessantes Thema. Ja, weil... Müssen wir auch nochmal drüber reden. Müssen wir definitiv drüber reden, weil, ähm, auf der einen Seite siehst du halt nur so, ja, das sind halt übelst krasse Sniper, das sind übelste Berserker, das sind Gestaltwandler und das sind Gift-Heinis. Aber, Alter, die, ähm, die Ausbildung und die Art, wie die handeln, das ist halt krass, wenn du dich mit denen beschäftigst. Deswegen, ja, würde ich die nehmen. Und, äh, Xenos, Julian? Ähm, Xenos. Hm. Ja, ich, also, das, das Problem ist ein bisschen, die Auswahl ist extrem eingeschränkt. Ja. Und, ich, ich, also, ich, das, das meine ich jetzt ernsthaft, das geht jetzt raus an dich, Felix. Ich erwärme mich extrem für die Necrons und die sind extrem auf Platz zwei, hundertprozentig, aber dann seile ich tatsächlich eher mit den Älter. Ich tatsächlich mit den Tau. Ich weiß, ich weiß, damit mache ich mich unbeliebt, aber, Alter, ich hebe mich aus. Ähm, die sind, die sind, die sind, die sind jetzt Tau oder Far Side Enclave. Das ist jetzt, das muss man ja mal auch differenzieren. Ja, das Ding ist, was ich an den Tau geil finde, ist, dass sie, äh, technologisch offen sind. Also, diese Art und Weise, ähm, der Technologieentwicklung gibt dir mal noch hundert Jahre und das ist fürs Imperium echt nicht viel. Und, die werden zur richtigen Bedrohung. Also, Bruder, das ist, äh, heftig, was die da teilweise entwickeln. Deswegen, ähm, ja, ich finde die Tau als solches, finde ich nice. Ich muss halt sagen, geiles Design, furchtbare Lore. Ja. Also, die Lore ist letzt halt echt zu wünschen übrig. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Ähm, weil, vor allem, weil, du hast halt bei den Tau, hast du unglaublich viel Platz für geile Lore. Allein, ich, ich musste halt immer dran denken, wie Tisca beschrieben wurde, ne? Und wie dann irgendwelche Tau-Städte beschrieben werden, die halt angeblich so viel weiterentwickelt sind, etc. Und die halt einfach ultra langweilig beschrieben werden. Das ist schade. Schade, dieses Restaurant. Ja. Oder? Bruder. Und wer nicht weiß, was da ist, ey, lest mal Prospero Brand. Richtig. Ganz ehrlich. Ich meine, ja, nee, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ja. Ähm, gut. Ich mach jetzt tatsächlich mal ganz fix drei nacheinander, weil die sich recht schnell nur von mir beantworten lassen. Ja, okay. Ähm, oder beziehungsweise, das ist sehr kurz, äh, hier, also, the jadecornholio4315, was ist ein Name? Was denkt ihr, wird der Slogan, der jetzt wieder auf der Geisterachsucht ist? Ähm, einfache Antwort, keine Ahnung. Andere Antwort, entweder geht der drauf oder wird irgendwann uns Meistergründungsmitglied. Also, zu allem anderen kannst du nicht, können wir nicht genug sagen, weil es sind zwei Bücher, da fehlen über tausend Seiten noch, die kommen. Da kann so viel passieren oder auch gefühlt gar nichts mit ihm ist noch, ja. Also, er wird irgendwie in diesen Kampf gehen, würde ich einfach sagen. Ja. Ähm, was sagt ihr zur Theorie, dass Fulgum und Jagatai vertauscht wurden? Wie hätte sich das bei so ihren Religionen wohl entwickelt? Okay, und das muss ich sagen, ähm, Knochenhosentyp, das ist so eine spannende Frage, dass wir uns das, glaube ich, einfach mal für ein What-If aufheben. Knochenhosentyp, ja, da hat jemand Borderlands gespielt, finde ich gut. Ah, ähm. Und? Ja. Oder was meinst du? Nö, machen wir so. Genau. Und, alte Theorie, aber sind die Tyras die letzte Waffe der alten, bla bla bla, Pharaon, Necron-Waffe? Nee, also, glaub ich nicht, ist irgendwie, also Bio-Waffe könnte irgendwie sein, aber der, wie gesagt, der Pharaon, hast du ja schon erklärt, ist auf einen, äh, sag ich mal, ist ja von Necrons gebaut und irgendwie so Krieg im Himmel, ich, ich, also so ein, so ein, das Problem ist halt einfach, wenn das die letzte Waffe wäre, wäre das so ein Fickt euch alle und jetzt verrecken alle, wenn wir verrecken und das passt so nicht ins alte Profil rein. Und irgendwie wäre es auch ein bisschen Lazy-Riding, also da so diesen Hintergrund reinzupacken, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Drei schnelle Fragen und direkt weiter, in deinem Fall. Äh, gut. Dann fragt hier der liebe Toni, welche Fraktionen wir am langweiligsten finden, so Lore und modelltechnisch. Und? Tau. Nee, 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 das stimmt nicht, das ist, boah. Aber, ich, ich weiß nicht, weil das Ding ist ja an dieser ganzen Geschichte, Modell ist ja eins, aber Lore ist was anderes, wo du sagen kannst, zum Beispiel Tau sehen total geil aus, Lore ist aber total scheiße. Ja, getrennt, getrennt, also Lore und modelltechnisch getrennt. Also modelltechnisch, was ich tatsächlich, und da werden mich jetzt einige für hassen, aber es ist einfach absolut nicht mein Style, Leute, Orcs. Ich, 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 ich feiere Orcs von der Lore, absolut. Aber viele Modelle der Orcs finde ich einfach nicht mehr geil in 40k. Und die Lore, der Tau ist für mich einfach, also der Tau, Farc and the Grave ist was anderes. Ich finde die Tau einfach so zum Kotzen langweilig. Mhm. Also, ich muss dir tatsächlich, äh, also ich mag den Stil der Elder nicht. Ähm, geht so gar nicht an mich ran. Finde ich, 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 ich weiß nicht, ich finde dieses, ähm, dieses alles geschwungen, etc. Wenn jemand, äh, Science Fiction bezeichnet, dann gibt's, äh, zwei Arten, an die die meisten denken. Das ist das, äh, der Stil der Tau, den ich geil finde. Und, also, weißt du, dieses, dieses, dieses eckige, kantige, aber doch irgendwie futuristische. Und den Stil der Elder, dieses Geschwungene, etc. Warum muss denn alles geschwungen sein in der Zukunft, Leute? In der Zukunft ist alles verkrobt. Ja, ganz ehrlich, ne? Weißt du, was ich meine? Ich finde das, ne, finde ich Humbug, das mag ich nicht. Ähm, ja, deswegen mag ich modellmäßig die Elder am wenigsten. Ähm, und lore-technisch, Alter. Fraktionen, die ich lore-technisch am langweiligsten finde, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Im Sinne von, weil es so wenig davon gibt, ist jetzt die Frage. Ne, also, es gibt ja auch wenig lore, wo du sagst, zum Beispiel, nimm mir jetzt die World Eaters, die haben jetzt nicht so super viel, ist aber super schön rund geschrieben, ne? Ja, das ist richtig. Was ich langweilig, was ich einfach nur langweilig fand, die lore, die ich gelesen habe, also die. Naja, gut, es ist keine lore, es war ein Buch, was ich langweilig finde, es ist halt keine Fraktion. Also, du kannst dich prinzipiell für alles begeistern, würdest du sagen? Prinzipiell, also, ich gehe halt mit, dass die Lore der Tau halt echt mau ist. Tau ist mau. Auf jeden Fall, Tau ist mau. Aber mein Problem ist halt, dass ich mir halt auch vieles einfach teilweise selber dann ausdenke, weil ich mir denke, hier kannst du weiterspinnen, da kannst du weiterspinnen, etc. Ähm, ja, ja, bleib mal bei der Tau, was traurig ist, weil ich mag die Tau. Die Idee der Tau ist geil, aber übelst. Aber, und da soll ich so sagen, die Lore, wie sie weitergeschrieben ist, macht's nicht besser. Ja. Ja, wir machen irgendwann mal wieder eine Tau-Folge, Leute. Irgendwann machen wir das, versprochen. Ja, gleich nach der Theorieben-Folge. Genau. Elian2785 fragt, drei Fragen, und dann wollen wir die auch zusammen abhandeln. Vielleicht nicht direkt zu Warhammer, aber wenn ihr zehn Leben in 40k leben könntet, würdet ihr es tun? Und falls ja, wie würdet ihr, würden diese Leben aussehen? Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht, also, das Ding ist, wir können die Frage einfach beantworten mit Nein, Ende, äh, glaube ich. Weil, bist du lebensmühl. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay. Wir können das machen, ohne psychischen Schaden danach, und wir können hier wieder herkommen, dann würde ich mich drauf einlassen. Ja. Und, und ganz ehrlich, dann, 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 es, also, sag ich mal, ich hab keinen psychischen Schaden dahinter, dann würde ich's gerne mal, also, ich würde es auf jeden Fall gerne mal als einige Primarchen probieren, so als einen Magnus, als einen Lion und so, tatsächlich. Mhm. Äh, äh, oder auch als ein Fulgrim, tatsächlich. Ähm, ich würde mich, ich wäre gerne einer mal der Argonauten, also bei John Grammaticus dabei, einfach weil es so abgefahren ist mit denen. Ja, 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 ja. Also, das, das ist so, so als Mensch drinne, aber trotzdem Big Player. Ähm. Malkador wär auch krass. Weiß ich nicht. Und, als, und natürlich ein Space Marine, so, aber ohne das Wissen halt ein Space Marine, der die Rückkehr seines Primarchen erlebt. Das könnte ich mir auch extrem abgefahren vorstellen. Ja, also, was, was ich geil fände, tatsächlich ein auf Terra geborener Space Marine, der halt meinetwegen 30, 40 Jahre lang halt kämpft und dann seinen Primarchen zurückkehren sieht, das, das wäre nice. Und ich sehe mich da tatsächlich auch mehr so, ähm, bei, äh, den, tatsächlich den Thousand Suns. Ach, genau, sorry, die Frage haben wir vergessen, ähm, welcher Legion wir uns anschließen würden und natürlich die realen Verräter, aber. Ja. Du wärst dann also bei den Thousand Suns, okay? Ja, wahrscheinlich. Weil Alpha Legion, Alter, am Ende wüsste ich nicht mehr, wer ich bin. Hahaha. Ähm, was ich noch machen würde, also ich, hab so, so gar nicht an die großen Player gedacht, tatsächlich, das ist so, weiß nicht. Ähm, aber was mich interessieren würde, wäre auf jeden Fall ein Rogue Trader. Uh, ja, gute Wahl. Da hätte ich Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf, mal ein Gouverneur zu sein. Ähm, gerne von der Pleasure World, ja, why not? Ähm, des Weiteren. Also, unter der Voraussetzung, dass wir keinen psychischen Schaden erleiden, etc., äh, keine Korruption oder sonst irgendwas. Also nicht ins Nächste mitnehmen oder in unser Real Life, weil sonst... Genau, genau, genau. ... sind wir einfach nur im Fall für die Klapse. Ähm, ich wüsste auf jeden Fall einmal gerne, wie die Strömungen des Warps aussehen durch die Augen eines Navigators. Des Navigators. Das wüsste ich gerne bei... Alter, es wird immer so gesagt, ja, wenn du in den Warp guckst, wirst du irre. Ich habe immer Bock, mir das anzugucken, Alter. Ich bin neugierig, weißt du, das ist das Problem. Ähm, das würde ich gerne machen. Ich würde tatsächlich... ... einfach, weil ich ein kranker Bastard bin, mich Slanesh hingeben. Einfach, weil ich ein kranker Bastard bin. Ähm, ja, und ansonsten, ich würde einfach mal gucken, wie es so ist, ähm, als, ja, normaler, random Zivilisten-Dude auf, keine Ahnung, einer Farmwelt oder so. Weißt du, wird wahrscheinlich stinklangweilig sein, aber, keine Ahnung, hätte ich Bock drauf. Einfach mal irgendwas in der Richtung. Oder halt, ähm, auf einer Welt, die halt vom Imperium entdeckt wird. Weißt du, so, das wär, das wär halt auch richtig nice. Das wär richtig, richtig nice. Da hätte ich auch Bock drauf. Oder, ähm, also ich geh jetzt halt nur von menschlichen Charakteren aus, ne? Weil, äh, ja. Oder im Dark Edge of Technology, hätte ich auch Bock drauf. Oder so ein Magus des, äh, Adaptus Mechanicus, hätte ich auch Bock drauf. Oder einen, äh, Titanenprinzeps. Oder, da wär ich dabei. Das muss krass sein. Oder ein Knight-Pilot. Oder ein Knight-Pilot, ja, richtig. Das, das wär, das wär auch schon nice. Ich würd halt versuchen, also, was mich interessieren würde, wäre halt, also, nehmen wir mal an, wir sind auch ein bisschen wir. Weißt du, also, nehmen wir mal an, ich probier's jetzt als einen Magnus. Klar, ich hab, ich bin auch Magnus, aber ich bin auch ich so ein bisschen. So, mich würd einfach interessieren, ob man wirklich anders handeln könnte. Ähm, ja, eben. Also, deswegen würd ich ja keinen, keinen der Big Player, äh, nehmen. Ähm, weil die Geschichte von denen ist halt irgendwie vorgeschrieben. Und da hätt ich halt das Gefühl, dass ich da nicht was anderes machen kann. Wer weiß. Ja. Naja. Äh, und welche Legion, Loyal oder Verräter? Puh, naja, wenn ich schon sage, 1000 Suns, ne? Gut, und, und, und bei den Loyalen? Hm, Alpha Legion. Äh, ne, bei den Loyalen, Alter, puh, schwierig. Schwierig, wenn der halt nicht irre wird, weißt du. Ähm. Entweder Whitescars. Oder Salamanders. Hm. Weil die für mich noch am menschlichsten sind. Und das wär mir irgendwie wichtig. Ich muss tatsächlich sagen, ich würd mich die Dark Angels nicht anschließen, weil ich nicht weiß, wie die sich aktuell entwickeln. Weil, vorher waren das einfach nur paranoide Spinner, muss man einfach mal sagen. Ich wär tatsächlich gern ein Wolf, weil ich die halt als recht frei empfinde. Ja, da wär ich auch dabei, Alter. Das ist halt so geil. Und auf der Evil Side, sag ich mal. Hm. Harte Frage. Aber. Tatsächlich, glaub ich, Black Legion würde mich reizen. Ja gut, Black Legion, ja, wow. A greater code. Na gut, wenn wir was ein bisschen spezifizieren wollen. Ähm. Puh. Black Legion ist halt alles. Ja, das ist halt absolut richtig. Meine erste Idee wär dann wieder World Eaters. Oder halt tatsächlich so. Ah, schwierig. Das ist super schwierig. Das ist super schwierig. Ähm. Ne, ich bleib kein World Eaters. Ich bring euch einfach alle um, das passt. Ähm. Alles klar. Welche Musik hören die primarchen? Micador und Big E so privat? Das, da könnten wir jetzt eine ewig lange Folge so machen. Ich glaub, wir bleiben jetzt bei Micador und Big E. Ich sag, Micador hört Klassik und Big E hat einfach alles auf Shuffle. Deswegen ist er immer so komisch. Man kann sagen, der hört einfach alles. Aber einfach alles, was es jemals gab und geben wird. Ja. Ja. Na dann, next. Alles klar. Ähm. Ich denke, das können wir überspringen. Welche anderen Spielsysteme spielt ihr? Nö. Keine. Ähm. Nö. Ja. Ich spiele nicht mal 40K richtig. Richtig. Hier zwei Fragen von, äh, sorry dafür Kevin vom Discord, aber sorry, wir spielen halt nicht mehr 40K wirklich. Ähm, Tobias, Meister der Ausbildung, fragt uns zwei Fragen. Und zwar einmal, wie seid ihr zu eurer Lieblingsfraktion gekommen? Und was hat euch dazu gebracht, auf euer, auf euer erstes LARP-Event zu gehen? Da finde ich die erste Frage tatsächlich, ja, weil ich mich schwert bin damit. Ja. Ja, das Buch. Also, eine meiner Lieblingsfraktionen ist halt einfach Space Rules nach wie vor. Und das geht halt von Anfang an schon. Also, ich finde die halt einfach seit Anfang an geil. Äh, und ansonsten kann ich es nicht genau sagen, wie ich zu den, ja, gekommen bin. Einfach, weil ich, ich habe mich mit den Themen beschäftigt und fand die dann halt einfach irgendwann geil. Punkt. Ich denke, bei dir ist es ähnlich. Nee, grün. Das ist, das ist echt alles. Ich habe so ein Probierpaket gekauft im Aloria. Das ist hier so ein Mittelalterladen. Die haben damals noch Tabletop verkauft mit. Und ich habe die dann angemalt, abends am Küchentisch. Ich fand das total geil. Ich habe da um 18 Uhr nach dem Abendbrot angefangen. Und dann war es auf jeden Fall um 10 und meine Mutter kam rein. Und ich meinte, du sitzt ja immer noch hier. Also, ich war auch wirklich jung. Ich so, ja, oh. Und ich muss dazu einfach sagen, ich wollte dann wissen, warum sind die grün? Und dann habe ich mir das alles angelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja ganz cool. Das gleiche habe ich mir über den Space Wolves gedacht. Und dann irgendwann, als ich dann aus meiner Wikinger-Zeit raus war, da habe ich auch nichts mit Forti-Kale zu tun gehabt, bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich gedacht, ja, Ritter sind einfach geil. Das war's. Jo. Jo. Was halten wir, achso, nee, klar, sorry. Warte mal, die Frage, was hat euch dazu gebracht, auf euer erstes Lami-Man zu gehen? Ich würde da gleich weitermachen. Bei mir war es eine Kombination aus zwei Dingen. Erstens hatte ich meine erste große Trennung hinter mir und war komplett down. Und das ist im, Alter, Dezember 2016 müsste das passiert sein. Und dann kam Lasse, unser lieber Lasse, und hat rumgefragt, alle möglichen Menschen, ob die Bock auf Lab haben. Und ich hatte davor tatsächlich mit meiner Ex irgendwann mal darüber geredet. Und ja, dann kam das so wieder hoch und ich dachte mir, jo, das ist eine geile Sache. Und er hat eine Gruppe zusammengestellt, ein halbes Jahr später sind wir aufs Conquest of Mythodea gefahren. Das war mein erstes Lab-Event, das größte Lab-Event der Welt direkt als erstes. Richtig geil. Ich war komplett überfordert, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja gut, das vielleicht nicht. Aber eine der besten. Eine der besten, definitiv. Jo, und bei dir? Ähm. Du hattest Bock zu moshen? Nee, ich hab mich mir quatschen lassen. Ich hab mich immer schon gemoscht, schon damals mit Stahl, da war ich ja so, also ich hab ja mit 16, 17 angefangen damit. Und dann wollte ich mit 18 unbedingt zum Wacken, das hab ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich Ronny versprochen, also ein Kumpel, ich komme einmal mindestens zum Lab mit. Und ich weiß nicht mehr, wo es war, wie wir überhaupt dazu kamen, diese Tickets zu bestellen. Das weiß ich wirklich echt nicht mehr. Aber irgendwie hatte ich ein Ticket und dann sind wir da hingefahren. Und, äh, ob's jetzt, es ist, es ist wirklich super schwer zu sagen, ob's die beste Entscheidung meines Lebens war, aber ich würd's sagen, es war eine meiner prägendsten. Ja. Im positivsten Sinne, auf jeden Fall. Also wenn ihr mal da draußen seid und ihr überlegt, das mal zu machen, macht es, ganz ehrlich. Definitiv, auf jeden Fall. Urlaub von sich selber ist saugeil. Es ist unfassbar krass und das ist, das Schöne ist, auch wenn ihr ein bisschen introvertiert seid und so, ich kann euch sagen, Leute, ihr kommt halt aus eurer Komfortzone raus, ohne aus eurer Komfortzone zu kommen. Das klingt komisch, ist aber so. Weil im Grunde genommen, ihr als Charakter, ihr als Mensch seid ja in eurer Komfortzone ein Nerd, Videospiel quasi, und euer Charakter macht die ganze Scheiße. Also wenn ihr es schafft, diese Trennung herzustellen, dass euer Charakter das macht, der ja quasi ihr seid, aber wiederum nicht, dann könnt ihr den beklopptesten Scheiß machen, den ihr so niemals tun würdet. Und das ist geil. Und der Vorteil ist, ihr könnt praktisch immer auf Pause drücken. Ja. Du kannst immer, äh, dich aus-xen quasi heißt das und bist raus, alles cool. Ja, oder, und sagen, ich fühl mich hiermit nicht wohl und, ja. Ja. Ähm, gut, dann, Neck, soll ich sagen, was haltet ihr vom fünften Chaosgott? Äh. Meinst du ja Melal? Ja, Melal, Melis, boah, was meinst du? Haben wir schon mal was dazu gesagt? Ähm, hatten wir, glaube ich, weiß es nicht, das ist ja quasi, nee, warte mal, Ordnung war der Imperator. Was war Melal? Einfach Anti-Chaos? Nee, Streit, alles gegen alles. Ah ja, okay. Der haut alles und jeden. Äh, finde ich witzig, die Idee, äh, ja. Aber man hat halt nicht mehr, das ist halt so was, was halt nicht verfolgt wurde weiter. Insofern... Ja, geht ja rechtetechnisch nicht. Ja, also die Idee ist nice, aber, ja, ist halt im Sande verlaufen, leider. Ja. Geile Nummer, schade um die Rechte, äh, ist halt, würde der ganzen Geschichte natürlich einen super interessanten anderen Turn geben, weil es halt, weil die Charaktere, die nicht so in bestimmte Chaosgötter passen würden, halt woanders reinpacken könnten. Also so ein Dorn hätte dann auf einmal ganz, 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 ganz viel Potenzial an Malice zu fallen. Genauso wie ein Angoron halt. Ja. Und das wäre schon krass, ja, aber ist auch eigentlich so ein What-If-Thema. Definitiv. Okay, okay. Äh, Jan Niklas fragt, Lieblings-Videogame. Äh, okay, All-Time-Favorite, was geht immer, was ist eigentlich immer geil oder was hat den am meisten beeinflusst? Und ich muss sagen, das, was mich so krass in seinen Bann das allererste Mal gezogen hat, war Dragon Age Origins. Glaube ich sofort. Das ist ein geiles Spiel. Ja, bei dir? Ähm, das erste, was mich wirklich in Bann gezogen hat, ja, okay, war Stronghold Crusader. Das habe ich elendlang gespielt. Ähm, das nächste, was ich elendlang gespielt habe, war tatsächlich Minecraft. Wer hätte das gedacht? Aber, was mein All-Time-Favorite ist, was, äh, immer geht, ist Borderlands 2. Das geht immer. Borderlands 2, wozu ich halt geistig fit sein muss, geht nicht, wenn ich abends mit mir nach Hause komme, ist Factorio. Also, Factorio habe ich tausend noch was Stunden, keine Ahnung, rein investiert und, äh, Borderlands nicht ganz so viel, aber es geht, das ist beides einfach, das sind einfach beides Spiele, die gehen fast immer. Also, wie gesagt, für Factorio brauche ich halt ein bisschen, äh, Brainpower. Aber, ja, das sind Spiele, die, ich meine, Borderlands 2 gehört zu den wenigen Spielen, die ich mir zum Vollpreis gekauft habe. Und ich bereue es bis jetzt nicht, dieses Spiel und sämtliche DLCs und alles, was es dazu gibt, gekauft zu haben. Das ist absolut geil. Gut, dann, ähm, die sind jetzt, die mache ich mal schnell hintereinander, weil das eine würde mich überraschen, wenn du das beantworten kannst, das andere kannst du nicht beantworten. Äh, ja, Lukio Hufschmied, äh, 2519 fragt, Jürgen, was machst du beruflich? Ich bin Multimedia-Produzent, das heißt, ich mache basically das, was wir auf YouTube machen, für eine Firma über Häuser. Genau, und, ja, das ist, also das Hobby und Beruf sind praktisch eins. Was auch so ein bisschen eine Frage beantwortet, die öfter kam, nämlich, wie wir es schaffen, so viel rauszuhauen. Das ist einfach, ich arbeite in dem Sektor und mir macht meine Arbeit auch wirklich Spaß und ich bin sehr gern kreativ und deswegen setze ich mich tatsächlich auch in meiner Freizeit super gern hin und mache sowas. Ähm, Bookfreak33 spielte Matrix and Gathering und wenn ja, was haltet ihr von den 40k Command-Decks? Hast du mal Magic gespielt? Keine Ahnung. Ich habe es einmal versucht, aber es wird zu kompliziert. Nein. Okay, ähm, ich hatte die Ehre, mit dem lieben Vincent das ein paar Mal auszuprobieren. Finde ich sehr cool. Ich mag die Command-Decks auch sehr im Sinne von, also ich kann das von der spieltechnischen Sicht jetzt nicht so super beurteilen. Das bockt halt, wenn wir da so ein-, zweimal alle paar Monate spielen und ich finde es cool, dass es 40k-Decks gibt und, ja, dann bist du dran. Ich mag es. Äh, ah ja, unsere Admiralin auf dem Discord fragt, meistgehasste Person auf dem Discord und warum wussten wir alle schon, dass es Wolfgang ist? Wir hassen euch alle gleich. Die Frage kann man beantworten mit, 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 mit ja. Punkt. Ähm, dann fragt Daniel, der schwarze Graf, drei Dinge. Erstens, trinkt ihr euren Kaffee mit Milch und oder Zucker? Julian, trinkst du Kaffee? Energydrinks, alles Zero, alles Monster, Red Bull Schmutz. Ich mag Red Bull. Äh, wenn ich Kaffee trinke, dann mindestens mit Milch, gerne auch mit Zucker. Ähm. Next. Ja, ja, genau. Was ist der Sinn des Lebens? 42, ganz klar. Äh, ne, würde ich tatsächlich widersprechen. Okay. Kartoffeln. Warte, warte. Pass auf. Extrem wandelbar. Kannst Kartoffelspalten draus machen, du kannst ein Brei draus machen, du kannst Pommes draus machen, was super geil ist. Du kannst sie überbacken, du kannst, also, du kannst sie halt auch im Ofen machen, du kannst sie in der Pfanne machen, du kannst sie kochen. Kartoffeln sind extrem wandelbar, extrem geil, schmecken immer. Kartoffeln sind für Milch und Brust, du kannst sogar, wie pervers kannst du denn sein, du kannst die Dinger einfach mal zu Brei verarbeiten und dann in den Backofen hauen und dann sieht das einfach Kroketten. Ey, ganz ehrlich. Ja. Das ist euch mal durch den Kopf und durch den Machen geht. Du hast mich überzeugt, ja, du hast mich überzeugt, definitiv. Und, äh, als Unterfrage, mögen wir Glitzer im Mäh, Julian? Auf jeden Fall. Ja, tun wir, definitiv. Und ich hab tatsächlich immer noch eine Flasche, äh, und ich hatte sie auch dabei, aber wir haben's verpänt, dann musst du wohl Silvester, geht nicht anders. Ich bin Silvester dabei. Ja, ich weiß, fand mir geschrieben vorhin. Sehr gut. Übrigens, äh, nochmal eine Frage zum Sinn des Lebens. Äh, wenn 42 die ganze Wahrheit ist, Julian, ist dann 21 die halbe Wahrheit? Autsch. Hast du gehört, Frank-Peter? Uh. Das tat weh. Äh. Alexander Van Zare fragt, 40k lab, möglich, wenn ja, wie wird das gut? Ja, hör mal, Alter, da bin ich dabei. Das ist geil. Also, es gibt eins, das ist das 42k, aber ganz ehrlich, wir wollen ja alles auch mal Space Marines in so einen krassen Scheiß spielen und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube jetzt, also so, dass ich sage, dass es wirklich immersiv und krass ist, jetzt noch nicht? Vielleicht in zehn Jahren, wenn wir öffentlich zugänglich mehr Technik haben, weil, wie würde ich es machen, ich würde es tatsächlich alles drin stattfinden lassen, ich würde mir so ein paar Hallen mieten oder kaufen, die nebeneinander liegen, würde die alle nochmal mit Gebäudekomplexen verbinden und würde das drin komplett aufbauen wie ein Raumschiff. Erstmal. Ja, oh, das wäre geil. Oder eine Bunkeranlage halt. Ja, irgendwie sowas. Alles, was du kontrollieren kannst und dann ganz viel mit Licht und Laser arbeiten und mit Rauchen so einem Scheiß und ganz krassen Kostümen und viel Dunkel, natürlich. Ähm. Und man müsste sich irgendwelche wirklich bewegbaren und kämpfbare Space Marines bauen. Also, also, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Space Marines in eins, also nicht in eins zu eins, sondern, dass ein Mensch ist in Space Marine, wir bauen alles ein bisschen kleiner und zum Beispiel nutzen Dämonen, die immer gebückt laufen und so, dass man sich auch wirklich so fühlt oder so. Aber ich glaube halt einfach, es scheitert nicht so an dem Scale, man kann eine ganze Menge machen, aber, boah, zurzeit schwierig. Das ist ja auch die Frage, womit stellst du Wolter da, weil Airsoft ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Das Ding ist, wenn du jetzt sagst, wir machen das alles an einem Scale, dann ist ja jeder ein Space Marine. Der Grund, warum die meisten Leute ein Space Marine sein wollen, ist, weil es was Besonderes ist, weil es ein total krasser Ficker ist. Es ist ja halt die Frage, wie ziehst du es auf, was ist, wenn du sagst, wenn du sagst, wenn dann alle ein Space Marine sind, dann ist keiner mehr besonders, dann ist es nichts Besonderes. Dann kann halt auch jeder ein Guardsman sein. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe den Ansatz, ich würde es aber tatsächlich, oh, ich muss mal husten, sorry Leute. Ekel, das ist widerlich. Ich bin es tatsächlich der Meinung, dass das kleine LARPs mit vielen NSCs und viel Immersion und wenigen Spielern mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und ich würde es tatsächlich recht klein halten, wie geil wäre das, sage man, man hat vier Hallen und überall haust du halt einen Squad von zehn Leuten rein. Das ist alles. Und bist auch wirklich Hardcore-LARP-mäßig unterwegs, so nach dem Motto, wer drauf geht, ist tot. Nicht raus, aber der ist tot, der wird dann korrumpiert, keine Ahnung, oder so. Und machst dann auch so richtig gemeine Sachen, wie dass du Türen zumachst, zwischen dir so einen Scheiß, ein bisschen wie Deathwing halt. Das könnte man halt anfangs machen. Also was ich mir vorstellen kann, ist ein Airsoft-Event im Sinne von Deathwing. Das ist geil. Ja, aber die Airsofts sind dann einfach so groß wie dein Kopf. Oder halt Darktide. Das kann ich mir gut vorstellen. Und Darktide, auch guter Ansatz. Oder so ein Heiß-Ding mit Inquisition. Und der Endgegner ist dann ein Space Marine. Das wäre auch super krass. Das wäre nice, ja. Und man nennt es dann Eisenhorn oder so ein Bums. Ja, also ich bin ganz ehrlich der Meinung, das muss halt nicht irgendwie immer mit Space Marines und Dämonen etc. sein. Es reicht halt einfach, wenn du Garde spielst, die gegen irgendwelche Verräter kämpft. Also ich glaube, wenn du halt ... Oder Kultisten. Das Problem an so einer Nummer ist halt immer die Lizenz von GW. Ja. Weil man muss denen erstmal klar machen, dass man damit zwar Geld verdienen kann, aber das ist das Problem. Weil holst du so einen Multi-Milliarden-Dollar-Konzern da rein, das kann geil werden. Aber die können es auch komplett verreißen. Ja, das ist richtig. Schwierig. Na gut. Wir sind schon jetzt eine Stunde dabei, aber ein bisschen ... Also ich habe jetzt noch ein bisschen was. Ich muss hier gerade mal durchgucken, weil es sind ein paar Fragen dabei, wo ich mir denke, ja, das passt eigentlich nicht in so eine Folge rein. Weil halt Discord-spezifisch etc. Genau. Ich würde einfach sagen, ich ziehe jetzt hier auf jeden Fall meine Fragen noch ein bisschen durch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann fährt es mal weiter, machen wir eine zweite Folge, Leute. Ja. Na los, dann weiter geht's. War ich jetzt dran? Weiß ich gar nicht. Ja, Lab war meine Frage. Okay. Welche der, der gute Kevin fragt, welche der alternativen Heresy-Überlegungen findet ihr realistisch? Oh. Hm. Also, boah, das Ding ist, weißt du, Realismus ist bei sowas halt schwierig. Ja, aber möglich. Plausibel. Also, was ich cool finde, ist die Leine Heresy. Aber ich finde einige Handlungen halt wirklich dumm. Mhm. Wo ich sagen muss, coole Nummer, aber nicht gut zu Ende geführt. Und auch die Nummer mit Dorn gefällt mir nicht. Ich weiß, also, schwierig. Also, ob Dornian Heresy, also, Dornian Heresy oder Rebootian Heresy. Schwierig, schwierig. Ich finde tatsächlich die Rebootian Heresy besser und würde die, also, als realistisch sehen. Weil, erst mal, wenn man halt, also, man muss einfach sagen, die beiden fähigsten und gefährlichsten Primarchen sind halt meiner Meinung nach nur einfach vom Galactic Scale. Okay, einfach Perturabo und Robert Gilliman, weil, wenn ihr von denen keine Angst habt, dann wisst ihr nicht, was ein wirklich organisierter Kopf anstellen kann und erreichen kann. Ähm, und ein Gulliman in Böse als Kriegsmeister mit der Macht von Ultramar und Mehrverrätern, das ist schon echt krass gefährlich. Und gefällt mir auch. Weil, der Typ ist nicht der größte Kämpfer. Ja, braucht er aber nicht sein, wenn er nicht einfach outplayt. Thrawn in Star Wars war's auch nicht. Wenn seine, wenn seine Excel-Tabelle einfach größer ist als deine, dann hast du halt verloren. Ja, und du? Äh, ich gebe deine Rebootian auch eher mit. Also, die anderen sind, ja, okay, kann, ja, aber ich finde die Rebootian tatsächlich am plausibelsten. Vielleicht ja auch irgendwann unsere eigene Alternativversion. Wer wir mit braucht, ist mal irgendwann mal anfangen und vielleicht ja auch mal ein bisschen tiefer gehen. Mal schauen. Richtig. Ähm, dann fragt unbekannt 1172, äh, du fragst eigentlich eine ganze Menge zur Statusverwandlung, das kommt irgendwann als eine eigene Folge. Ähm, deswegen möchte ich jetzt einfach mal weitermachen mit dem lieben Draco381. Du hast drei Fragen. Welche Person gefällt euch am meisten aus allen Zeiten vom alten Heresy bis 40k? Stört. Oder was hast du gesagt? Nee, gefällt, gefällt. Das kam gerade nicht richtig an. Sorry, wer gefällt euch am meisten im gesamten Warhammer 40k-Setting früher bis heute? Uff. Alter. Alter. Ähm. Erster Name, der durch den Kopf schloss? War? Ein Arschvoll. Bei mir rattert es hier gerade. Okay, ich würde sagen, es ist einfach zu schwer zu beantworten. Ich würde es jetzt mal meine Top 3 nennen und das ist halt, also nicht mal von 1, das ist einfach nur eine Aufzählung. Äh, ich habe eine extrem tiefe Verbindung mit Magnus, der ist mir so ans Herz gewachsen. Ich liebe den gesamten Charakter-Arc und alles, was ihn ausmacht von Sigismund, das ist einfach, der Typ ist genial. Also wirklich, der ist einfach alles, was die Imperial Fists als Seele ausmacht. Und, ja, dann, ein bisschen Lufa einfach, oder der Kahn, gar nicht so einfach. Also, weil ich halt, ich kann, Lufa finde ich faszinierend, weil er ist ein Mann, der genau seinen Platz kennt, genau weiß, wo er steht, das aber am liebsten ändern will und aber auch zeitgleich versteht, was er macht und tut. Und das, das unterscheidet ihn von anderen Verrätern, aber mehr dazu in der Lufa-Folge. Ich mag Garrow, unglaublich. Oh, ja, ja, klar. Das ist ein so geiler Charakter. Ähm, ich mag die kleine, aber feine Entwicklung von, äh, Cinnamon, dem Iterator. Ach, Kyrie, ja, klar, ja, dann müssen wir auch eigentlich Lorcan nennen und John Grammatiker sagen, Mann, Leute. Ja, einfach weil, äh, einfach weil, äh, anderer Charaktere. Cinnamon und, äh, Cinnamon einfach, weil er eine 180-Grad-Wende macht und damit selber nicht klarkommt. Das ist halt das Krasse, dass er halt in dem Moment, wo das passiert, halt absolut nicht damit klarkommt, weil seine komplette Welt einfach einstürzt. Und das ist so gut rübergebracht. Er hat nicht viel, ich sag mal, Screentime, also, du hast nicht, es wird nicht viel von ihm erzählt, etc. Aber wenn er da ist, Alter, dieser Struggle, den er hat, weil du lernst ihn kennen als jemand, der gefestigt in der imperialen Wahrheit steht. Und dem wird das komplett entrissen. Und das ist ultra krass, weil alleine, wie er beschrieben wird in dieser Zeit der Flucht, ähm, Alter, du siehst richtig, dass dieser Mensch komplett fertig ist und das liegt nicht nur daran an den Entbehrungen der Reise. Das liegt auch einfach daran, dass seine komplette Welt zusammengebrochen ist. Ähm, ja, er, ich, ich muss wirklich einfach sagen, Sintermann, also aus seinen, ganz ehrlich, Horus Heresy, 1, Spotify, Track 34, anmachen, genießen. Ja. Wirklich, macht mal, das ist seine Rede, die ist genial. Gut, also ich komme jetzt hier nicht auf einen klaren Charakter, aber ja, die zwei, definitiv. Ähm, gibt es Material über Malcharion, den Kriegsweisen der Nightlords? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, kenne ich. Ja, kann ja auch nichts gerade zu sagen. Ähm, hat einer von euch alle Bücher der Eisendorn-Reihe gelesen mit den anderen Buchreihen? Also ich, ich glaube, du meinst auch wegen Paria und Co. Äh, ja, ich hab das gemacht. Ich bin jetzt noch in der Backrun-Reihe drin, ist ja Teil meiner Eisendorn-Theorie, also, äh, muss ich da natürlich durch. Sonst wird die nicht so heißen, ne? Und, ja, wird demnächst, demnächst tatsächlich auch nochmal eine Warp-Talk-Folge kommen mit Gästen. Oha. Demnächst. Äh, hier gibt's eine Lab-spezifische Frage, die würde ich überspringen. Ähm, also eine Mythodea-spezifische, das ist, also, sorry, mein lieber Daniel, aber. Ich bin mal gemein und lese die jetzt einfach mal. Ja, das ist halt die Frage, untutes Fleisch, gute Klau-Projekte oder billige Lückenfüller. Also. Super NSCs, legen wir weiter. Ähm, was ist euer Lieblingsdetail oder Fact in Warhammer? Egal, ob es jetzt was Großes oder was sehr Kleines ist. Ha. Das, also, ähm, die Kuscheldecke von Dorn. Ja. Und die Mona Lisa. Ja. Äh, geh ich beides mit. Ich finde eher was Größeres im Gesamten. Ähm, die Tatsache, dass dieses komplette Universum so abgefuckt ist. Alter. Allein das, ich meine, ich musste gerade dran denken, dass, um einen Warp-Antrieb nachzufüllen, zu tanken quasi, ein Mensch in Schutzausrüstung gepackt wird, mit Drogen vollgeballert wird und in seinen Tod geschickt wird. nur um den fucking Warp-Antrieb von einem Schiff zu tanken. Alter. What the fuck? Das ist total bekloppt, aber für sowas liebe ich das 40K. Ich weiß nicht, ob das als Fakt oder Detail gilt, aber das ist geil. Ich muss halt sagen, 40K hat meine Sicht auf Geschichten verändert, weil, weil ich so gewöhnt bin, diese, 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 diese Scale von Grimdark und so, dass bestimmte Handlungen, sei es im Lab oder im, im, im Pen & Paper für mich komplett normal sind oder halt mich auch bei TV-Serien nicht schockt. Also du musst mir wirklich mit dem abgefucktesten Herzens ein Scheiß kommen, um bei mir irgendwas mal auszuerreichen. Und das ist, du, das ist so krass, wie ich manchmal auch so bei irgendwelchen Sachen so kalkuliere, na, okay, haben wir keine Informationen, sind sie los, dann bringen wir die jetzt um. Und, aber das sind Menschenleben, ja und? Das ist, das, das ist manchmal so, wo, wo mich dann Leute, die gar nichts mit diesem Universum zu tun haben, so angucken und mir so auffällt, so, oh ja, stimmt, ähm, scheiße. Ähm, ich mach, jetzt mach ich mal kurz zwei, weil die wieder sehr einfach zu beantworten sind, also die erste besser gesagt, äh, wann können wir mit einer Ausführung zur Eisenhorn-Theorie rechnen? Ähm, das haben ein paar schon gefragt. Leute, wir fangen bald an. Es startet jetzt demnächst eine Videoreihe, also nicht demnächst, also das ist wirklich jetzt nach dem Schatten im Warp, was ja jetzt erschienen ist, äh, das Video, woran ich jetzt grad sitze, womit wir jetzt anfangen, ein paar Sachen zu erklären und damit ich dann, ich weiß nicht, wie schnell wir vorankommen, aber irgendwie Dezember, Anfang Januar werde ich mit dem Ding halt eher früher als später anfangen, also ich denke eher im Dezember, äh, weil ich will das vor dem Reveal, was mit dem Löwen ist, machen. Aber das könnt ihr dann auch, wie gesagt, äh, schaut euch die Schatten im Warp-Folge nochmal an, falls ihr das jetzt noch nicht, äh, getan habt, weil da sag ich einiges dazu. Und jetzt eigentlich, warum der Löwe, eine planungswürdige Billig-Version von König Arthos, aber dann doch der 20. Hulgin und die Raven Guard nicht abgehören, wie passt das zusammen? Ähm, ja, gibt dir die Dark Angels-Folgen? Vielleicht machen wir über ihn die Lufa-Folge nochmal, kann ich dir nur empfehlen. Äh, Kochaniere hat das gefragt. Und ich würd sagen, der Löwe ist halt, ich steh mördermäßig auf Ritter, er ist der primarchigste Primarch, genau das ist sein Problem, das find ich total geil, dass er auch von seiner Seite aus in seinem Handlungskonzept alles richtig macht, find ich auch total geil und dann halt scheitert. Ich find das auch so geil, dass der Löwe, der hat keine metallenen Hände, der schmeißt keine Feuerbälle, der hat keine Zukunftssicht, ähm, der hat kein Echse gehören. Er ist das, was er ist und deswegen ist er besser als die anderen, weil er sich so, so dicker, ja, alles toll, ich hau dich trotzdem zu Brei. Und auch diese Szene mit Kairos Faithweaver, so, äh, wo er ihn nicht überzeugen konnte, weil er nichts hatte, ihm anzubieten. Und er ihn einfach so abgestochen hat mit den Worten, ja, hast du das vorausgesehen? Ist jetzt so, äh. Und weil der Löwe ohne Fähigkeiten, also ohne Warp-Shenanigans für mich, also sorry, aber der Löwe ist der beste Kämpfer und das ohne Superkräfte. Der hat keine Zukunftssicht, kein gar nichts. Und trotzdem, wie gesagt, Sanguinius konnte Curse nicht besiegen. Lion hat Curse geschlagen. Ich sage Curse, also Lion könnte auch, ähm, Sanguinius schlagen. Und der könnte auch, der kann, also, der schlägt einen Dorn, der schlägt auch einen Kahn, der schlägt auch, der schlägt alle, aber das liegt einfach an, weil seine Kombination halt darin gut ist. Ist er deswegen ein guter Herrscher? Nein. Ist er deswegen ein guter Kriegsmeister? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber er ist der krasseste Primarch, einfach in Dinge töten, sage ich mal. Und das, auch mit seiner Legion in der Kombination, das finde ich ja einfach total geil. Und es weiß auch, und weil es mir immer so ein bisschen Spaß macht, dass die Leute das einfach nicht wahrhaben wollen. Das ist genau, das ist genau diese Meme-Kultur, höh, der Löwe verrät, b-b-b-b. So, nee, der Typ ist zum Kotzen loyal und der wischt mit jedem eurer Primarchen einfach den Boden, wenn es drauf ankommt. Und das finde ich total geil. Und die 20. ist ja eigentlich nur so ein Witz entstanden, oder Max? Mhm, definitiv. Oder was ist deine Meinung dazu? Ich finde, das ist eine Sache, die musstest du beantworten. Das ist ganz gut so. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, ich habe hier noch einen Arsch voll Fragen, tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe hier noch eine kleine, äh, Möglichkeit für den lieben Max K. von unserem Discord-Server, seine Frage ein bisschen zu spezifizieren, denn er hat hier nur geschrieben, der Mensch als Ressource. Bruder, da könnten wir eine komplette Stunde drüber quatschen. Also, sei doch mal ein bisschen spezifischer, weil ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir möchtest. Das ist so, wenn du zum Bäcker gehst und der fragt dich, was hättest du gerne, und du sagst Brot. Ja, wow, das dachte ich mir auch, aber ich bin jetzt kein Stückchen näher an die Antwort. Das grenzt das auf 80% meiner Produkte ein? Schon mal gut? Ja, richtig. Okay, dann würde ich jetzt sagen, Max, dann schnapp dir noch eine schnelle, weil ich habe die YouTube-Fragen, haben wir jetzt tatsächlich durch. Mhm. Und ich bin tatsächlich nochmal so ehrlich und gucke nochmal bei Instagram und so rein. Dann mach das mal. Ähm, das dauert zu lang. Julian, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Warum? Star Trek ist Science-Fiction, was cool ist. Aber Star Wars ist Science-Fantasy und ich mag bei Star Wars die Leichtigkeit, weil es diesen Märchencharakter hat und weil es auf Logik halt scheißt. So volles Brett. Also es versucht, es gibt Geräusche mal, scheiß drauf, es ist cool. Lichtschwerter, scheiß drauf, es ist cool. Mann, es muss nicht immer alles einen Sinn machen, es macht einfach Spaß. Und Star Trek ist mir manchmal einfach ein bisschen zu steif, auch wenn ich es sehr gern mag. Es heißt ja nicht, also bei meinen Lieblings-Sci-Fi-Universen wäre es so, nicht in der Top 3, aber in der Top 10 schon. Bei dir? Ja, auch Star Wars, einfach weil Star Wars so mein Einstieg in Science-Fiction gewesen ist. Ich war nie der große Track-Fan, weil, ich weiß nicht, ich hatte da keinen Zugang dazu. Insofern, ich bin halt mit Star Wars groß geworden. Deswegen Star Wars, ganz klar. Für dich mein lieber Brandor. Ja, und die letzte Frage, die wir jetzt beantworten werden, ist, also wir machen irgendwann nochmal eine zweite Folge, wenn wir faul sind, keine Sorge Leute. Ich meine, wenn, ist vom lieben Guido Fehlberg und der ist ein ganz aktiver Instagram-Follower. Ich glaube, der folgt uns auch schon fast mit am längsten und ich sehe auch immer, dass du die Storys likest und so und auch danke dafür. Natürlich auch nochmal danke hier an Maggie, Jan T., den Dome und Daniel und auch natürlich den Sven, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, Eugis oder Yukis. Das ist, also, ihr seid ja so die krassest Aktivesten, das finde ich schon immer sehr cool. Ja, du hast geschrieben, was mich beschäftigt, ist, der Imperator sitzt als lebende Leiche auf dem goldenen Thron, hat aber die Möglichkeit, mit seinem Geist Avatare zu steuern, richtig? Er hatte es in der Heresy. Jetzt ist das so eine Sache. Also, ich würde sagen, durch mehr psionische Fokussierung könnte es wieder möglich sein, oder? Ich weiß nicht. Ja. Also, das ist sehr vage. Und jetzt kommt eine Frage, eine vage Frage, Frage, was ist, wenn Malkador, der auch mächtig war, in Geisteskräften, vor seiner Auflösung seinen Geist in einen anderen Körper geleitet hat, um dem Imperator weiterhelfen zu können? Ja, was ist dann? Ist toll. Aber ich weiß, was du meinst. Oh, das ist... Okay, versuchen wir es kurz zu halten. Halte ich es für wahrscheinlich? Nee, dann wäre der neben... Denn Malkador war der Klebstoff, der das Imperium zusammengehalten hat und der Typ hätte halt nach der Heresy absolut ins Ruder übernehmen können. Meinst du, der kann irgendwie zurückkommen? Boah. Also, ja, wenn GW will, geht das. Aber wenn es zwei Charaktere gibt, die meiner Meinung nach tot bleiben sollten, weil sie immer eine Lücke hinterlassen werden und das ist wichtig, sind das Horus und Malkador. So sehe ich das zumindest. Also, ich fände es scheiße, wenn er zurückkommt. Ich fände es auch scheiße, wenn der Engel zurückkommt. Nicht, weil ich den Engel nicht wieder da haben will, aber... Ja, weil das halt sein Opfer schmälern würde. Ja, aber übelst, es würde halt... Also, beim Malkador halt noch mehr als beim Engel, meiner Meinung nach. Weil der Engel, gut, der wusste sein ganzes Leben daran, dass er halt so stirbt. Das war dem klar. Aber Malkador, alter... Ich weiß nicht, ob er das überhaupt wusste, dass er halt draufgehen wird, aber dieser Mann... Doch, wusste er. Ja, als er davor stand. Das, dann wusste er es definitiv. Aber ich wusste, ich weiß nicht, ab wann er es wusste, dass er definitiv auf dem Thron sterben wird. Also, klar... Ach so, in dem Moment... Also, er wusste schon, als er sich dazu entschieden hat, dass es dann so sein wird. Das ist ganz klar, ja. Aber halt erst in dem Moment. Und dieser Mann hat ultra lange gelebt. Der hat ein ultra langes Leben. Und er hätte wahrscheinlich danach auch noch ultra lange gelebt. Hat er halt nicht. Weil er sich geopfert hat. Für das Imperium. Für den Traum des Imperators. Ich meine, es ist ja erst halt... Malkador, der Held. Und das ist ja halt nicht ohne Grund. Ja, richtig. Das müsst ihr wissen. Richtig. Deswegen, ich fände es... Ich fände es sehr, sehr schade. Auf der einen Seite fände ich es geil, wenn er wieder da ist. Auf der anderen Seite fände ich es sehr, 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 sehr schade. Weil wir haben ja letztens auch eine andere Möglichkeit beleuchtet, eine Malkador-Figur den Primarchen zurückzugeben. Und diese Möglichkeit fände ich tatsächlich besser. Weil so würdest du halt das Andenken an Malkador, nicht schmälern. Ja, plus du ja halt sonst... Also, mein Problem sonst wäre einfach aktiv, dass Malkador dann wieder das tun kann, was er halt getan hat. Nämlich ein guter Onkel sein. Und ein bisschen so diese Vaterfigur auszufüllen. Und ich will nicht, dass der Imperator wieder diesen Luxus kriegt. Ich will, dass der Imperator sich seinen Federn stellen muss. aka seinen laufenden Federn, seinen Söhnen. Und das sind auch seine Entscheidungen. Er hat das versaut. Und wenn das jetzt jemand wieder aus dem Dreck ziehen soll, dann sollte er das machen und sich nicht wieder hinter Malkador verstecken. Ja, das sehe ich genauso. Genau. Gut. Eine Stunde neunzehn. Haben wir jetzt alle Fragen beantwortet. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach. Nach der Frage. In den Fragen-Trade. Auf Instagram. Und falls ihr nochmal Fragen habt, haut das gern da runter. Oder halt auf YouTube und natürlich in unserem Discord. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, da auch wirklich alles drunter zu hauen. Aber ich denke tatsächlich, wir haben erstmal alles beantwortet, was diese Folge jetzt hergibt. Klar, der Dennis hat uns noch einen riesigen Fragenkatalog geschrieben. Und auch der Felix hat uns sehr viel noch geschrieben. Werden wir, wie gesagt, irgendwann auf alles mal eingehen. Und Dennis, du betreibst aktiv Industrie-Spionage für Irm. Deswegen werden wir dir bewusst gerade nicht antworten. Das bequatschen wir mit Irm einfach mal die kommenden Wochen. Also wird ja langsam Zeit. Gut. Ganz langsam wird das Zeit. Ganz langsam. Na dann, Max. Ja, Julian, eigentlich wie immer, ne? Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Folgt uns auf Instagram, walk.dust. Unterstützt uns gern bei Steady, falls ihr mal Bock auf noch mehr Lore habt. Und ja, ich denke, ihr konntet uns jetzt ein bisschen kennenlernen. Und dann bis nächste Woche und Hydra Dominatus. Hydra Dominatus. 2 Linda scared. antes jokes. 2 Linda 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 5